Es kann losgehen. Auf nach Alnuin. Ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dover kann? Ja, bin ich. Sog, Brit, Uth. Ich warne euch. Ja, natürlich jetzt doof, wenn den einer von der Vermimmel holen würde. Weiter kann ich euch nicht bringen. Pfiffboot Akrin. Ich werde nach eurer Rückkehr Ausschau halten. Oder nach der Alnuins. Ähm, okay. Eine Sache noch. Ähm, Schrei, nämlich... Unabittliche Macht wieder rein. Äh, es kommt mir da, oder? Äh, es kommt mir da, oder? Äh, es kommt mir da, oder? Ich werde euch alle perften ihm, da. Äh, es kommt mir da. Ich werde euch alle perften ihm, da. Äh, es kommt mir da. Ja, genau. Denkt mal, eine, das kann ich hier glaube ich nicht mitnehmen. Denkt der, ich bin so einfach zu besiegen oder was? Einfach mit Rache. Guck mal hier, das ist grüß das Südturm. 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 Ja, EMR Schild brauche ich jetzt nicht unbedingt mir mitschleppen. Ich habe glaube ich gerade eben noch was anderes aufgenommen. Felsstiefel, EMR Schild, kein Weg. Ja, ich komme hinter dir her. Hauptsache einer am anderen tut. Die hauen mich hier sonst weg. Wenn die Bogenschützen sind ganz schön. Ja, komm her. Guck mal hier. Das sieht mir ein bisschen nach einer Falle aus. Wenn die mich natürlich jetzt so hier verarbeitet mit ihren Stimmen, kann es natürlich sein, dass ich irgendwo hinfalle und dann natürlich sterbe. Oh, du hast du... Ah, wo kommt es denn jetzt her? So, Alter. Junge, 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 jetzt wird es hier... Ah ja, die mit ihren Pfeilen. Taktischer Rückzug erstmal. Warum ist es mir eigentlich kalt? Ja. Was? Im Erdvog und im Erdpfeile. Was? Shit! Wahaha! Skulldaufen Tempel. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Weiter gab es hier nicht. Ich musste mich erstmal ein bisschen aufwärmen. Nämlich hier hinten im Nordturm. Da ist noch eine Truhe. Und da hinten ist noch eine Truhe. Befindet sich jetzt aber nichts weiteres wirklich drin. Auf gehts jetzt im Tempel. Weiter. Hier kommen wir nicht mehr her. Hier nehmen wir alles weg. Ah, hätte ich auch hier aufwärmen können. Na ja, ganz klasse. Ich wüsste jetzt nicht, ob es hier genauso kalt ist. Ah, Truhe. Hallo. Oh, du mich hier gleich umpustet. Oh. 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 Hier hat mich jetzt hier ein bisschen ... Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Hier unten habe ich... Ah, komm her! Okay, das waren jetzt natürlich einfache Gegner im Gegensatz zu die ganze Zeit hier. Einer ist hier noch. Und was haben wir hier? Ähm... Schlange. Da ist ein Vogel. Und hier ist ein Delfin. Muss ein Hebel dafür. Yeah. Was gibt's hier? Dauer ne Truhe. Ausdauertrank, hättest du nie gesehen, ey. Was haben wir da für einen? Und auch ne Schlange. Ja. Ohja. Weiter. Machen wir jetzt ein einfaches Rätsel. Hi. Boah. Boah. Nauner mit. Habt aber schön einbalsamiert hier. Heißt, die auch nur eben Erbsachen haben. Heißt, die auch nur eben Erbsachen haben. Hm. Weiter geht's. Komifizierte Leiche. Komifizierte Leiche. Das ist das... Ja. Nauner mit. Das war. Das war. Wir haben wieder Tausgerät. Fangen wir an das. Okay, hier gibt es weiter nichts, oder was? Ah, nächster hin. So, mal gucken. Hier soll ein Foale sein. Denke ich mal. Und hier ein Delfin. Vogel, Delfin. Irgendwo fehlt hier noch was. Ähm. Schlange. Ruhe. Eine Slange. Sesam, öffne dich. Oh, nächster hin, Bö. Hm, hehm. Ah! 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 Was sind euch die Draugfürsten ausgegangen, oder? Okay, gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ja, ja, da war nicht. Ich komme. Ich bin doch schon da. Normaler Trauer, Junge. So einen hätte ich hier nicht erwartet. Das war eine kleine Falle. Wie ihr mir, so ich euch. Ganz einer. Noch einer. Ja, den Helm wollte ich jetzt nicht unbedingt, ne? Wer weiß, was hier noch kommt. Hallo. Die fallen einfach so ab. Ein Drachen, Pinnister. Diamantklaue, naja. Die letzte Klaue. Die mir auch noch gefehlt hat. Und ein paar Totenschädel. Ah, Diamantklaue. Fuchs, Vogel, Drache. Hm, Wotermark. Na, wer kommt jetzt hier noch? Nehm es in sich auf. Es ist Blitzsturmhof. Okay. Nächste Worte, er macht, ihr lernt. Was das sind? Verbrannte Leiche. Eins. Hm, naja. Nehmen wir. Nehmen wir. Trauer. Mal hier. Wir können das helfen. Moin. Beide Begebnisse ohne Leer. Pulled off'n, wieder. Kau, wir mal hier draußen. Oh, was war das? Ach nee, ich dachte, das wäre jetzt Xandarin. Mm-hmm, wir gehen sie in. Ah! Nimm erst mal alles. Eine große Kiste. Loot, loot, loot. Läser, Wurst ist gefallen. Oh, ganz oben ist noch einer. Skuldaffen! Komm mal her hier. Drachenpriester starb, noch mehr, oh, meine letzte Maske, na, Krien. Ja, ja, ich blitze hier noch ein bisschen vor mich hin. So, wie gerade. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch, die Links findet ihr in der Beschreibung.